Pumpentechnik auf höchstem Niveau. Tradition und Innovation. Mit Sitz in Herborn und Standort in Landsberg-Saale bietet die Herborner Pumpenfabrik Erfahrung und Fachkompetenz rund um innovative Pumpentechnik. Seit über 130 Jahren bilden Kundenindividuelle Lösungen die Basis für hochwertige Ausführungen, die anforderungsorientiert realisiert werden. Ob Standard- oder Sonderlösung, im Fokus des breiten Produktspektrums stehen sowohl Kreiselpumpen für die Reinwassertechnik, die Abwasser- und Industrietechnik als auch Kondensatanlagen und komplette Abwasserpumpstationen. Via aktueller 3D-CAD-Technik werden trendsetzende Systemlösungen praxisorientiert entwickelt. Ein innovatives Engineering bildet die Grundlage für alle weiteren Fertigungsprozesse. Vom 3D-Drucker für zum Beispiel Kunststoffteile über den Modell- und Formenbau bis hin zur Gießerei, in der Eisenmetalle und Bronze einen erstklassigen Formenguss gewährleisten. In allen Bereichen zählen höchste Qualitätsmaßgaben, die durch kontinuierliche Prüfungen und Materialanalysen dokumentiert werden. Dabei setzt sich der nachhaltige Qualitätsanspruch in der mechanischen Fertigung sowie bei der Montage aller Pumpenkomponenten fort. Ein Hightech-CNC-Maschinenpark gewährleistet speziell mit der Verkettung von Bearbeitungszentren höchsten Automatisierungsgrad und Produktivitätssteigerungen. Und last but not least werden alle Qualitätspumpen umfassenden Endkontrollen unterzogen, bevor sie in Schwimmbädern, Schiffen, Kläranlagen oder industriellen Bereichen energieeffizient zum Einsatz kommen. Vor diesem Hintergrund arrivierte die Herborner Pumpenfabrik zum bedeutenden Marktführer in mehreren Branchen, Europa und weltweit. Pioniergeist und einzigartige Systemlösungen zeichnen das zertifizierte Unternehmen aus, das unter der inhabergeführten Leitung von Wolfram Kuhn mit engagiertem Mitarbeiterteam zukunftsweisende Maßstäbe setzt. Kunden profitieren von schnellen Reaktionen, Zuverlässigkeit und Qualität. Herborner Pumpentechnik – Wir bewegen Wasser